hallo ich grüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen video in unserer playlist let's code shopping list es freut mich sehr dass er wieder am startzeit bei diesem schönen projekt und bedanke mich an der stelle auch mal für den ganzen input den ihr schon beigesteuert habt da sind schon einige ideen bei rumgekommen die wir sicherlich noch verwerten werden heute allerdings wird es erst einmal darum gehen das habe ich glaube ich beim letzten mal auch schon so angekündigt es würde jedenfalls sinn machen dass wir hier unsere shopping item view so erweitern dass wir damit tatsächlich richtige shopping item instanzen kreieren können also jene instanzen dieser entity die wir in unserem core data model erzeugt haben das ist so das letzte glied was jetzt gerade noch fehlt um eine erste einfache runde app zu haben über die wir eben shopping items hinzufügen können und die wir dann abhaken können ja und ich finde dieses thema jetzt besonders spannend weil wir hier auf mehrere probleme gleichzeitig stoßen alles nichts gravierendes aber in seiner gesamtheit dinge ja wo ich einfach auch mal so meine best practices mit euch teilen möchte ich möchte an der stelle auch betonen dass das nicht in stein gemeißelt ist dass das womöglich auch nicht der beste perfekteste ansatz ist es einfach ein ansatz den ich verfolge weil er mir gut gefällt und weil ich jetzt noch nichts anderes gesehen habe was irgendwie besser ausschaut aber also da kann man sicherlich drüber diskutieren ja das ist ja in der programmierung natürlich auch sinnvoll aber wovon rede ich hier überhaupt ja gucken wir uns einfach mal diese situation an die wir haben shopping item view soll also neue shopping items erzeugen so wir haben bisher hier eine state property die den titel entgegen nimmt ja also den titel ich kann es gerade mal ausführen im simulator die brief brauchen jetzt mal weniger ich finde das jetzt ganz nett wenn wir uns das hier in der preview angucken so sieht das ding ja bis jetzt aus wir haben hier also die möglichkeit den titel einzugeben und den benutzen wir dann zum speichern so weit so gut so ich bin das jetzt aber schon mal ein bisschen weiter davon ausgehend dass wir im laufe der zeit noch mehr informationen mit zu einem shopping item verknüpfen können wir haben vielleicht nicht nur den namen sondern auch eine menge und vielleicht auch eine einheit und vielleicht auch die frage ob das ein favorit ist oder nicht es könnten sich also weitere informationen ansammeln die wir über diese view abbilden möchten natürlich muss hier betonen das ist zukunftsmusik stand heute haben wir nur diesen einen status und das ist vollkommen okay aber bei solchen ansichten bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig weil das kann sehr schnell ausarten und ich habe so diesen grundsatz von apple sehr sehr stark verinnerlicht dass jede view bitte maximal nur eine source of truth haben soll ich bin ehrlich in den größeren projekten an denen ich arbeite habe ich das bis jetzt nicht immer geschafft das ist gar nicht so einfach wie sie es anhört aber ich versuche wirklich so gut es geht und so gut ich kann diesem grundsatz zu folgen und das ist jetzt auch der grund um den es hier geht wenn wir eine state property definieren in einer view definieren wir damit eine source of truth was ist jetzt also das problem angenommen wir ergänzen diese view um ein weiteres eingabefeld zum beispiel einen schalter der steuert ob dieses shopping item was wir erstellen möchten gleich irgendwie als favorit gespeichert werden soll dann würden wir dafür stand heute auch eine state property hernehmen das kann man machen ja dann hätten wir zwei state properties in dieser view aber ich möchte es vermeiden ich möchte es einfach vermeiden weil apple das so schön betont eine view soll maximal eine source of truth haben das ist auch sinnvoll noch aus anderen gründen aber deswegen da achte ich wirklich sehr stringent drauf und das ist schon mal ein grund warum ich dieses state hier loswerden möchte da gibt es natürlich mehrere wege wie man das ganze lösen kann ich zeige euch eben einen ansatz den ich hier verfolge und leite erst einmal über zu dem zweiten problem denn passt mal auf was wir jetzt einfach mal machen wir haben jetzt den xcode 12 einen neuen property rapper der nennt sich state object und in gewisser weise könnte man sagen dass der für diese view perfekt ist denn was könnten wir tun wir könnten sagen okay pass auf die shopping item view generiert als state object ein neues shopping item ich mache das jetzt hier mal nur mit dieser einfachen initialisierung ja und dann können wir einfach alle eigenschaften die noch kommen mögen ja wie jetzt der titel den wir schon haben wie möglicherweise ob es ein favorit ist oder nicht wie viele elemente wird davon einkaufen sollen und so weiter und so fort wenn das im laufe der zeit zunehmen würde könnten wir das alles über das model abdenken abdecken und wir hätten weiterhin nur diesen einen status dieses eine state object wir brauchen dann diese ganzen state properties nicht mehr wir können die sofort raushauen und an der stelle eben auf die das title attribut von shopping item verweisen und kämen weitere sachen hinzu wäre das auch kein neuer status sondern wir könnten das alles über diese property holen das ist eine richtig schöne sache und eigentlich perfekt um mit state object zu arbeiten da ihr state object wie gesagt ist jetzt neuen xcode 12 dafür sorgt dass eben diese instanz von der view verwaltet wird und dann könnte man einfach hergehen und sagen okay wenn der nutzer das ganze speichert dann übernehmen wir das ding und ansonsten verwerfen wir es das ist prinzipiell auch gar nicht schlecht nur ich würde auch kann ich auch gleich sagen ich würde diesen ansatz auch tatsächlich verfolgen normalerweise normalerweise wenn es hier nicht um core data ginge und das ist jetzt das zweite aber wir setzen hier auf core data bedeutet auch ich würde eigentlich normalerweise wenn ich hier so ein shopping item erzeuge dann würde ich auch den passenden kontext übergeben damit eben klar ist wo das ganze auch abgelegt werden soll nur führt das eben auch dazu dass diese instanz gleich in diesem view kontext erzeugt wird und dann müsste ich mich um die passende logik kümmern um zu sagen okay wenn ich das ganze jetzt hier abbreche die aktion dann soll das ganze doch wieder rausgeschmissen werden und nur beim speichern soll das ganze übernommen werden das kann man machen gar keine frage und das ist auch nicht der schlechteste ansatz es gefällt mir nur nicht ja weil wir tatsächlich dann diese situation kommen ich gehe in die ad shopping item view und ich erzeuge gleich in meinem kontext eine instanz die ich möglicherweise gar nicht brauche weil der nutzer abbricht und ich bin da jemand wie gesagt wir haben es ja gerade beschrieben man kann das lösen aber ich bin da jemand gerade wenn es um core data geht ihr da keine ahnung vielleicht bin ich da auch ein bisschen allein unterwegs aber ich bin da sehr stringent und sage ich möchte eigentlich so eine entity instanz erst dann erzeugen eben zugehörig mit dem kontext wenn ich sie auch tatsächlich brauche und das bedeutet in dem fall wollte ich sie erst erzeugen wenn wir hier den save button drücken und das würde so nicht funktionieren ja hätten wir nicht core data wäre das irgendeine andere klasse von uns die als observed object dient dann wäre das mein ansatz to go um zu sagen ja wir machen das als state object und alles ist super das fällt hier aber für mich auch raus so was machen wir jetzt ich habe die ganzen state geschichten hier jetzt zerstört mit meiner argumentation wie können wir es lösen und da kommen wir jetzt zu einem punkt da kann man gerne drüber streiten aber was ich ganz schön finde auch wenn es ein bisschen overhead ist warte mal wo packe ich das rein ich packe das mal ich packe das mal ganz an den anfang freunde das ist ich arbeite mit einem dummy typ und ich mache jetzt in diesem fall nutze ich das mal als truck und gebe dem einen namen in bezug auf das was ich eben abbilden möchte und es geht hier um shopping items das heißt ich nenne das ding shopping item dummy und dem gebe ich jetzt alle eigenschaften die auch nur speziell für ad shopping item view relevant sind ja also auch wenn dann shopping item irgendwann noch zusätzliche eigenschaften hat die ich aber für die erstellung nicht brauche kann ich die beim da mir rausnehmen alle anderen müssen rein im moment haben wir nur den titel so und den gebe ich einfach mal einen leeren string als standard wert der einfachheit halber so und jetzt gehe ich her und nutze hier anstatt zu einem state object nachdem das ja eine structure ist einfach wieder eine state property und gehe her und erzeuge in unserer shopping item für eine entsprechende instanz dieses dummies nennen wir den also shopping item dummy so erzeuge hier die instanz und das ist jetzt sozusagen mein äquivalent zu dem state object was wir gerade hatten nur dass ich jetzt eben hier keine core data entity instanz mehr habe sondern eine einfache structure instanz die nichts tut die ist einfach nur da die wird erzeugt wenn wir die view verwenden und wenn wir die view dann verschwinden lassen oder sonst irgendwie nicht mehr brauchen dann verschwindet dieser dummy auch und es ist nichts passiert so das erste was ich jetzt mache ist wir haben diesen dummy und wir haben hier zweimal ad state ich hasse so etwas ich versuche es zu vermeiden deswegen nehmen wir das böse zweite dinge gleich mal raus und passen erst mal den code an ja und dazu müssen wir hier unser text viel überarbeiten dass das für den titel verantwortlich ist und das kräftet jetzt nicht mehr auf unseren status von eben zu sondern auf unseren shopping item dummy und auf dessen eigenschaft title so soweit so gut das ist schon mal der erste schritt und jetzt geht es noch darum dass wir das ganze natürlich beim speichern übernehmen sollen das schöne ist schon mal beim abbrechen müssen wir nichts weiter tun denn wir speichern ja den titel nur in diesem der dummy der dummy hat sonst keinerlei funktion der wird nicht persistent gespeichert bedeutet wenn wir einfach abbrechen dann wird der dummy verworfen und nichts weiter passiert aber wenn wir natürlich speichern dann wollen wir natürlich die daten aus diesem dummy in eine konkrete core data entity instanz übernehmen und ich mache das jetzt alles mal hier in diesem button code das ist auf jeden fall dann reffektorungsbedürftig ja ihr wisst was ich meine so was packe ich sehr gerne dann in einen eigenen typ oder meinetwegen hier in unsere in unsere persistence datei für den anfang jetzt für den moment machen wir das einfach mal direkt hier drin reffektoren gehört ja auch dazu da werden wir auch noch passende videos für haben und gehe jetzt hierher okay wenn wir die safe schaltfläche benötigen betätigen entschuldigung ich weiß gar nicht was los ist bitte verzeiht mir hier das geschwurbel zum teil wenn wir die safe taste betätigen dann soll eben eine konkrete shopping item instanz erzeugt werden die kann dann auch in unserem kontext rein die kann dort gespeichert werden deswegen mache ich ja folgendes ich erzeuge diese ente die instanz speichere die mal in einer konstanten namens shopping item so und gehe jetzt hierher und das ist also eine shopping item instanz der wir auch den kontext übergeben in der wir das speichern wollen dazu greife ich jetzt einmal direkt auf das singelten unseres persistence controllers zu das können wir auch noch ein bisschen reflekt an dass wir nicht immer hier diesen rattenschwanz haben über container und für kontext aber für den moment soll das ausreichen jetzt geben wir an okay pass auf erzeuge uns eine shopping item instanz in unserem haupt end des mannest objekt kontext diesem shopping item geben wir nun noch einen passenden namen und diesen namen bekommen wir aus unserem dummy ja den haben wir ja hier als state property das heißt ich greife hier also auf den shopping item dummy zu und ups nicht auf den typ sondern auf die instanz shopping item dummy und dort auf die title property und ich passe das gleich mal noch an weil ich hier sehe dass wir es im model name genannt haben damit das hier einfach durchgehend identisch ist bin ich das hier auch gerade noch mal um in name ja also sowohl hier im dummy als auch hier beim bein ding als auch jetzt hier bei der zuweisung bedeutet also wenn wir jetzt unser shopping item erzeugt haben über den kontext weisen wir aus dem da mit den passenden namen zu und was wir zum abschluss auch noch machen können damit das ganze tatsächlich persistent gespeichert ist ist wir rufen auf unserem persistence controller auf dem singelten auf dem few context die safe methode auf die safe methode die einen fehler feuern kann auch was ich jetzt mal ganz einfach mache ist ich triggere den aufruf fehlerbehandlung mache ich an der stelle nicht ja aber das bedeutet eben wir erstellen die shopping item instanz in unserem kontext wir weisen den passenden namen zu wir speichern das ganze persistent und dann sind wir raus das sollte jetzt der weg sein und ihr seht also auch hier wir haben weiterhin nur eine source of truth in dem fall ist das unser dummy der halt eben alle daten beinhaltet die wir brauchen in innerhalb der shopping item für um ein neues shopping item zu erzeugen genau und haben das jetzt entsprechend angepasst bedeutet aber auch wenn hier weitere eigenschaften hinzukommen wir haben weiterhin nur ein status eine source of truth und das ist auch gerne ein ansatz den ich verfolge dass ich dann sage okay wenn ich zum beispiel in einer view einfach drei eingabefelder habe anstatt jetzt drei state properties zu machen baue ich mir lieber einen neuen typen der entsprechende eigenschaften besitzt und greife dann über einen status darauf zu genau wie hier ja es ist jetzt ein bisschen witzlos weil wir nur diese eine eigenschaft haben aber so sind wir vorbereitet wenn noch weitere hinzukommen ist der code gleich bestens dafür vorbereitet wir haben den dummy gut freunde was damit noch bleibt ist natürlich ein abschließender test des ganzen um mal zu überprüfen ja ob wir jetzt tatsächlich neue elemente hinzufügen können und an der stelle natürlich auch besonders spannend werden die denen in unserer liste angezeigt ja denn die haben wir beim letzten mal schon vorbereitet mit dem fetch request property wrapper und da sollten die elemente dann natürlich auch automatisch auftauchen sobald wir die hinzufügen daher testen wir das mal ich füge ein item hinzu wir brauchen bananen wir brauchen auf jeden fall bananen anders geht es einfach nicht trage hier mal den titel ein klicke auf safe und das sieht doch schon mal sehr sehr gut aus zum einen hat sich die liste aktualisiert hier ist jetzt ein eintrag drin und der titel entspricht auch dem was wir unserem dummy in dem textfeld übergeben haben das wurde also erfolgreich in diese neue core data entity instanz übertragen machen wir doch mal gleich weiter fordern wir unser glück heraus pass mal auf wir brauchen auch unbedingt noch einen apfel anders geht es auch nicht ganz klar und auch das passt ja auch das wurde jetzt unsere liste hinzugefügt wir sehen auch sehr schön hier schon die sortierung die hier greift die haben wir beim letzten mal auch gesetzt das kann ich am code gerade noch mal zeigen die einfach dieser fetch request property wrapper man sieht also sehr schön wie der greift der arbeitet im endeffekt vergleichbar wie der ns fetch results controller aus dem core data framework und er guckt halt eben wirklich nach allen shopping item instanzen und sortiert die nach dem namen also nach der nach dem attribut name und das klappt jedoch wirklich sehr sehr gut pass mal auf ein machen wir noch eine zwiebel ist auch immer eine richtig gute sache freunde und das sieht doch sehr sehr gut aus also die elemente werden alle korrekt erzeugt sie werden hier in der richtigen reihenfolge aufgeführt ja sehr sehr schön zum abschluss passt mal auf ein test machen wir auch noch ich erstelle jetzt hier mal einen weiteren dummy für brot auch sehr wichtig trotzdem werden wir da zumindest mal für den moment darauf verzichten jetzt betätige ich hier die cancel schaltfläche und wir sehen auch sehr schön dass das jetzt auf unsere liste keine auswirkungen hat liegt einfach daran dass wir ja in unserer logik für den cancel button keinerlei funktion haben da wird keine core data entity instanz erzeugt der dummy wird einfach verworfen ende der geschichte mehr zum abschluss können wir noch einen finalen test machen und der besteht darin diese app noch mal neu zu starten um zu überprüfen dass die daten auch wirklich persistent gespeichert sind dafür soll ja hier dieser befehl verantwortlich sein ohne den würden die elemente wieder verschwinden aber gucken wir mal dass das tatsächlich geklappt hat dass wir noch unsere einkaufs liste haben so wie das sein soll und auch das ist der fall wir sehen die einträge die wir tatsächlich gespeichert haben brot haben wir eben verworfen haben wir gesehen taucht auch tatsächlich nicht auf ja und alle elemente sind drin und wir können nun an der stelle damit arbeiten gut freunde damit sind wir am ende von diesem video angelangt haben wieder einen sehr großen schritt nach vorne gemacht ihr habt doch einfach mal so gesehen ein kleines best practice sage ich mal wie ich vermeide mehrere state properties einzusetzen ich habe ja schon darüber gesprochen an sich wäre das auch ein schöner fall für state object gewesen aber im zusammenhang mit core data mag ich das einfach nicht so ich mag nicht eine core data entity instanz in einem kontext erzeugen die ich womöglich gar nicht brauche sondern da bin ich halt wirklich eher fan von zu sagen ich erzeuge die wenn auch klar ist die soll tatsächlich gespeichert werden da mag es andere ansätze geben um gottes willen das will ich gar nicht bestreiten und ich will auch nie sagen dass das der beste und tollste ansatz ist er hat ja auch durchaus den nachteil dass man eben alle eigenschaften die man hier in dieser view braucht tatsächlich in den dummy aufführen muss auf der anderen seite sind es auch wirklich nur die und wenn dann zum beispiel unsere core data entity weitere eigenschaften hat die für die erstellung nicht notwendig sind wie zum beispiel haben wir ja hier tatsächlich auch schon einen fall diese ist checkt eigenschaft dann kommt ihr auch nicht in den dummy dann spare ich mir da so gesehen auch den overhead und es ist immer klar ersichtlich anhand des dummies und der view welche informationen brauche ich eigentlich und der dummy sorgt dann dafür dass ich nur noch eine state property habe und eben nicht für jedes eingabefeld mehrere vielleicht machen wir das auch tatsächlich so im nächsten video dass wir einfach mal eine favoriten eigenschaft noch ergänzen die wir hier dann passend einbinden dann wird auch noch mal deutlicher ja was es mit dem dummy auf sich hat wie der funktioniert was der sinn dahinter ist wenn ich daran denke machen wir das ihr wisst ja auch ich berücksichtige gerne euer feedback da gibt es auch einige dinge die wir noch umsetzen werden von daher bin ich sehr gespannt was ihr darüber denkt bei fragen oder anmerkungen lasst mir gerne einen kommentar da ja und in diesem sinne verabschiede ich mich an der stelle wünsche eine sehr gute zeit und bedanke mich bei euch fürs zuschauen ja und freue mich wenn ihr dann beim nächsten mal auch wieder mit am start seid tschüss